hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft technik project red v2 mit dabei heute ist der gute da ist er street digger einen wunderschönen guten hallo dann haben wir gleich daneben den crazy stehen hallo und wir haben den dort stehen schönen guten abend ja eigentlich haben wir jetzt hier so folge 100 und eigentlich wollte man was besonderes machen aber so richtig was gut ist es nicht eingefallen ja 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 und ja ich war es nicht ich bin weg das ist aber nicht gut hat vergessen auszumachen das ist aber gar nicht gut das heißt ein notfall notfall und wir haben ja auch eine notfallkiste kann man jemand nach der komischen blöden serien suchen die mal bitte ausmachen weil sonst wird das alles ich habe angst scheiße also wir haben hier ganz strenge protokolle muss man ganz klar so sagen und bei dem streng protokoll müssen wir jetzt hier ganz dringend in diese kiste reingreifen und da haben wir eine anweisung gut die anweisung sind natürlich auch lesen ist jetzt einfach mal schnell vor so hier ist der notfallplan für den unwahrscheinlichen fall eines notfalles nehmen sie sich die kiste aus der kiste und begeben sich zu dem markierten punkt auf der karte ihre welt ist bedroht zerstören sie die bedrohung das ist ihre letzte chance am bildschirm sehen sie ein video des ziels glaube ich kriegs mit angst zu tun das sieht gar nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus also gut dann naja gut aber wir sind jetzt im blick vom headquarter ganz gut ausgestattet worden ich hoffe naja gut nehmen wir mal das mit jeder bitte noch seinen anzug mitnehmen ok ja und dann werden wir mal zu dem bilder begeben okay ich glaube ich krieg angst schauen wir wo wir hin müssen das ist das ziel ist aber ganz weit weg da unten müssen wir ungefähr hin gut ungefähr bei 222 minus 1022 müssen es ist ein stück ja ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wir geben mal schnell zu dem ort hin und dann melden uns gleich wieder also bis gleich so wieder zurück wir haben es jetzt hoffentlich gleich geschafft also hier noch ein paar meter und ja wunderbar das headquarter hat hier volle arbeit geleistet ich hoffe dass sie in unseren anzug ein bisschen was eingebaut haben dass man unten auch nicht gleich mit den füßen voran in den erdboden ich probiere es mal verrückte zuerst ok also ihr habt ihr beliebt der nächste bitte so und jetzt soll es doch hier irgendwo was geben ich habe keine ahnung wo wir werden mal gucken dunkel nicht gut dunkel ist nicht gut da oben geht es nicht weiter gefunden was hast du gefunden wo bist denn du guck mal wir haben sogar die lampen drin in den handschuhen wer sich mit minecraft auskennt der wird wissen man muss immer nach unten ok gefängniszelle ok alles klar aber keiner drin sehr gut ja hätten wir auch sagen bereitet hier nicht aber mal weiter irgendwo das soll irgendwo eine stelle glaube ich sein die markant sein wird hier vielleicht hier gibt es die front da unten oh ja ja hier geht es weiter ok sieht aber komisch aus hier irgendwie alles zerklüftet ja wer zuerst die geheime kiste findet hat gewonnen hier ist eine bibliothek gibt geheime kisten ich will nicht ich bin gefangen in spinnweben ich will nicht wissen was für ein paar frames naja ich würde sagen die sollte man mal lieber hier lassen ich habe jetzt hier eine geheime kiste mitgenommen gut dann nehmen sie mit ich weiß was das alles für ein uraltes wissen ist also wir spielen da sind viel ja das kann es auch recht gut sein ich habe versucht zu lesen aber ich verstehe kein wort das ist das leben scheint es aber hier nicht zu sein das richtige eck hier geht es noch weiter hier geht es noch ein bisschen weiter glaube ich gefunden kommt noch mal zurück was gefunden da ja das ist dann schauen wir mal ob uns der headquarter noch vorbereitet hat und da soll das monster dahinter sein ich würde sagen auf geht's oder ok juhu ich habe irgendwie angst ähm ich sehe nix ich sehe nix wow oh das sieht nix auf einer plattform nicht schön oh gott ach du scheiße fällt da bloß nicht runter das da erwartet euch das ist schon tot es ist so dunkel da will ich eh nicht hin das sieht nach nichts aus so und jetzt hier rauf irgendwie ob man da drauf kommen ich gehe bei der schröckendeckung ah und lauter so komische teile sind da noch ah das ohr weiß doch kein mensch was mit anfangen soll endstone sowas ähm oh gott enderman ok und ja gut die endermen die sind ja wenn wir sie in der lille ein thema enderlilies das ist das hier nein was haben wir hier noch gefunden die lustig aus nein nein verdammt ach du scheiße also ich glaube ich grabe mir jetzt hier mal noch schnell ein loch und schaue mal in die höhe ich versuche es nicht von leib zu halten was da noch drin ist wo ist er denn irgendeiner hat die endermenzen gelockt wo ist denn der also ich bin so wo war denn das ach du scheiße da kommt er wieder au au der von mir eine ordentliche breitseilfe bekommen und irgendwas hat es mit den türmen zu tun das ist ja ja saugefährlich hier Achtung Obsidian ich wäre fast vergraben worden ach du da kam gerade Blitzer runter habt ihr das gesehen ah ah ich bin gerade etwas heiß gelaufen hier diese türme haben irgendwas damit zu tun ich glaube die türme sollten wir mal ein bisschen bearbeiten oder ja das wäre nicht schlecht weil es sieht so aus wie wenn er sich da irgendwas ja boah das ganze Obsidian fällt hier gleich runter wäre der Hammer ach du heilige wow der ist bei mir ich bin vergiftet oh mein Gott lasst euch definitiv nicht direkt von ihm treffen hatte ich nicht vor äh er ist hinter mir glaube ich mach jetzt mal was ich guck mal schnell in die Kiste rein was er hier hingestellt hat oh 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 weg mit ihr weg mit ihr du nicht so dann stellen wir mal die Kiste hier hin und schau mal rein oh die Endermans haben einen Acker auf mich da hat uns das Headquarter noch was ja hallo ich war ja gerade beim Auspacken du blöder Drache du ja ist gut ist gut ist gut ich hab's kapiert ich hab's kapiert du bist der Boss ich hab dich ich hab dich gerade gerettet nicht nur du Achtung heiterzacken ja und jetzt ist dunkel ein dunkles Rennen ja nicht nur dunkel sondern ich hab auch nicht mehr viel Leben aber es wird wieder hell gut oh er hat mich schon wieder direkt getroffen ich hab dunkel oh oh was ist denn das hier für komische was denn das scheiße das sind ja auch noch kleine ah was ist denn das bitteschön Vampirfledermäuse was was ja ach du okay jetzt wird's Zeit jetzt wird's Zeit die schweren Schütze auszupacken jetzt habt ihr mich aber oh lass mich doch in Ruhe hier ich hab mir doch gar nichts getan ich bin doch ganz lieb bis jetzt er heißt jodun ich hab ihn jawoll sehr schön alter wie das aussieht wow ich der hat irgendwas fallen gelassen ich schau grad was das ist dragon essence das war ja schon erschreckend gut dann sorgen wir mal dafür dass der Rest hier ein bisschen einfacher wird ich glaub dafür brauchst du die railgun äh munition ne äh munition ne daaa ich glaub jetzt werfe ich die mal hier zu ich hab das eingesammelt was er noch gedroppt hat ein kreatur yellow heart ah ok ich glaub das hilft uns jetzt nicht weiter ich glaub diese dragon essence ist fett voller hauptsache erstmal tanzen abarbeiten na warte dann packen wir da mal ein bisschen munition rein äh baker ist schon wieder am abarbeiten ich ich arbeite gar nichts ab mal gucken hier ob das teil auch funktioniert weißt du doch ich am äh gut dass ich den Rucksack mitgenommen hab was brauchst du denn dragon essence na komm nehmen wir dir heute mal so richtig ordentlich Druck auf die Pipeline also diese dragon essence kann man anscheinend nicht herstellen und und na was hat uns das headquarter hier wieder für ein Mist gegeben oder hab ich mich da noch hier ah da ist noch ein Fehler da ist noch ein Fehler das ist natürlich ganz klar gelb 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 ist Input jetzt wow Vorsicht was macht der automatisches zielen und Feinde vernichten bei der richtigen Munition aber der hat noch die kleine Munition die er gerade im Moment verschießt wir haben ja noch ein bisschen größeres oh ja man sieht's man sieht's ja ich liebe schwere Geschütze aber der Drache war ja doch gar nicht so dramatisch ne aber wusstet ihr wie der Drache heißt? du bist du bist du bist verdammt er ist gerade auf mich losgegangen äh Street? ja hier woher bist du eigentlich gerade rum? äh ich bin schon vor keine Ahnung wie lange gestorben oh so so jetzt mal Ruhe können wir jetzt hier endlich mal arbeiten ah gut ähm ja kommen wir mal ein bisschen back to Kontext ähm wir hatten in unserem Mod Pack und deswegen ist der Drache auch ein bisschen später gewesen Hardcore Ender Expansion drin ähm ja deswegen ist der auch ein bisschen heftiger ich glaube auch die Vampir-Fledermäuser stammt aus dem Mod ein paar andere Sachen wie zum Beispiel auch die äh Dragon Essence stammt aus dem Mod wofür wir das alles brauchen können keine Ahnung werden wir vielleicht noch rausfinden und es gibt hier noch jede Menge Erze die wir hier noch verarbeiten und uns abholen müssen und da könnten wir jetzt auch nochmal gucken gucken weil ein bisschen Zeit haben wir noch ähm ähm es sollte eigentlich auch noch andere Inseln geben hier theoretisch mhm theoretisch was glaube ich auch nochmal für Butze mit Street und Mission das dann sein könnte sind die äh ja gut das ist jetzt kein Thema mehr hierher zu kommen wenn der Ender Dragon weg ist dann kann man das ja relativ locker machen stimmt auch ja aber dann schauen wir mal ah da drüben äh wenn ihr mal Richtung Nordwesten fliegt da gibt es ein paar ja ich seh schon es gibt Einzelinseln Einzelinseln die hier irgendwas beinhalten Spooky Leaves keine Ahnung was das ist Ender Gu wo und manches davon kann man irgendwie dann noch weiterverarbeiten das ist ja mal echt noch so ein infested fern infested endstone genau wobei der infested endstone glaube ich gar nicht so positiv ist Achievement God wow hier sind hier sind Silberfische oh ich hab da ne ganz große Insel gefunden ich hab nen Wald gefunden ne ja da sind wir auch schon drauf äh bei mir ist ja nur etwas weiter weg und Gras das Schaden macht oh oh und da ist auch ein Spawner aber dieses Gras gibt anscheinend keine ähm keine Zeitz oder so ne wow mach Baker mach mal nen Baum kaputt ein Baum? ja ich hab unter dem einen abgebaut und der hat sich abgefällt ich hab hier grad noch nen Enderman der sich grad mit mir verlustieren will hey cool wollte ok der Baum geht also mit einem Schlag quasi weg und was haben wir jetzt da? dry splinter und wofür kann man das verwenden? um spooky logs herzustellen ok alles klar ich hab's aber im falschen Werkzeug abgebaut aua 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 was ist das? irgendwas haut mich da ach ja hallo Baker Ulke äh oh aaaaa da hab ich aber auch grad irgendwas abbekommen ja das sind äh es gibt manches Gras das fügt Schaden hinzu nein nein ich hab da irgendwie so ein Geräusch gehört als wäre hier ein und es verkiftet na crazy hier war irgendwo ein ein Mob ich hab's einfach nur als abgebaut und auf einmal hab ich quasi einen Slenderman gehört ich hab Schaden bekommen und ich hab irgendwie so ein Geräusch gehört bloß ich seh nix ich suche immer noch den Spawner der ist hier auf der Insel drauf ich weiß nicht genau wo ist hier crazy der war ziemlich in der Mitte muss nach dem ich hab' nd ich hab'